Musik Ach, ist das schön. Musik machen ist leichter. Ja, herzlich willkommen zu meinem tollen Vortrag. Ich bin der Bruder von der C3S. Wir sind angetreten, um das Monopol der GEMA zu beenden. Das ist eine sehr ambitionierte Aufgabe mit viel Arbeit und wie immer kein Geld, natürlich. Ich fange dann gleich mal an. Was ist denn eigentlich die Cultural Commons Collecting Society? So sieht das aus, das ist das Organigramm. Quasi, ganz toll, hat der Mike letztens gemacht. Wir sind eine europäische Verwertungsgesellschaft. Wir haben uns nach einem relativ erfolgreichen Crowdfunding in 2013 gegründet auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg mit 50 Gründungsmitgliedern. Und wir dachten halt, wir machen eine Verwertungsgesellschaft für Musik, weil die GEMA, die ja die einzige ist, die hier Aufführung und Vervielfältigung, Urheberrechte verwertet, dachten wir, es wäre ganz schön, wenn es eine andere Verwertungsgesellschaft gäbe, die für Komponisten und Textdichter von musikalischen Werken tätig sein könnte. Wir hatten dann das Konzept, eine Genossenschaft zu gründen, weil wir dachten, die Struktur in der GEMA gefällt uns nicht, es ist alles sehr ungerecht verteilt, es ist ein ständisches System, in dem nur die oberen 3000 in dem Fall direkt stimmrechtlich sind und das fanden wir recht undemokratisch und nach Aussagen von ordentlichen Mitgliedern liegt das daran begründet, dass die erfolgreichen, professionellen, echten Musiker nicht wollen, dass die ganzen Pseudomusiker, Hobbykünstler da irgendwie mitbestimmen. Das wollten wir ändern, deswegen haben wir eine europäische Genossenschaft gegründet, die auch dann eben nicht nur in Deutschland aktiv sein kann, sondern eben europaweit. Als großen Unterschied zu den bestehenden Verwertungssystemen dachten wir, es wäre vielleicht ganz schön, wenn die Künstler Werk für Werk entscheiden können, wie sie es denn lizenziert haben möchten und ob sie es überhaupt wahrgenommen haben wollen von uns und eben nicht ihr gesamtes Repertoire mit dem Wahrnehmungsvertrag übertragen. Und da die GEMA sich ja ewig lang geweigert hat, Creative Commons Lizenzen zu akzeptieren oder ihren Mitgliedern zu erlauben, diese zu verwenden, dachten wir, es wäre ja ganz schön, wenn es eine Verwertungsgesellschaft gäbe, die eben auch das klassische Oberheberrecht und freie Lizenzen anbietet und in dem Fall natürlich in erster Linie erstmal die Creative Commons Lizenzen. Wir hatten uns auch gesagt, es wäre unschön, wenn dann eben diejenigen Musiker, die nicht so richtig viel Geld mit ihrer Musik verdienen und nicht irgendwie in einer annehmbaren Höhe Lizenzausschüttungen erhalten, dass sie dann eben auch nicht ein Minuskonto aufbauen, weil sie dann immer ihre Mitgliedsbeiträge bezahlen müssen von ihren wenigen Einnahmen. Dachten wir, es wäre ganz cool, progressive Mitgliederbeiträge zu haben, die sich also an den Lizenzeinnahmen auch orientieren. Das heißt, wer wenig verdient, bezahlt auch wenig und wer viel verdient, bezahlt dann eben den vollen Satz. So, eine gerechtere Verteilung der Lizenzgelder war uns sehr wichtig. Das heißt, wir fanden es nicht schön, dass halt unheimlich viele Gelder kassiert werden, die aber auch zu einem großen Teil nicht direkt zuzuordnen sind. Das heißt, aus den Pauschalvergütungen und so, da ist dann halt immer nicht so richtig klar, wem das eigentlich zusteht und es wird dann letztendlich an diejenigen verteilt, die sowieso schon am meisten verdienen. Das fanden wir auch sehr, sehr unschön. Ja, mehr Kontrolle für die Urheber, das heißt eben mehr Entscheidungsmöglichkeiten darüber, was mit den eigenen Werken passiert. Also, ich war selber 15 Jahre GEMA-Mitglied und bin dann halt ausgetreten, weil ich mal freie Lizenzsysteme versuchen wollte und die GEMA zu mir gesagt hat, ja, das können Sie haken. Mein lieber Freund, Herr Bruder, das ist nicht gut für Sie, das lassen Sie mal lieber. Und das passte mir natürlich nicht und insofern dachte ich, ja, ich bin doch der Künstler, es sind doch meine Werke, warum soll ich denn nicht darüber bestimmen, was damit passiert und wie das irgendwie wahrgenommen wird. Und das ging dann eben nur durch meinen Austritt. Das hat mich natürlich sehr gewohnt, weil ich natürlich wusste über meine Bandkollegen, die noch in der GEMA sind, dass da natürlich eine Verwertung stattfindet, dass da auch Geld fließt, aber ich natürlich nichts davon bekomme. So, warum wir uns für Creative Commons entschieden haben und das da zu integrieren, ist ganz klar, es stand immer so im Raum, ja, wir brauchen ein neues Urheberrecht, es muss alles reformiert werden, es ist alles irgendwie broken. Und das sehen wir halt nicht so, wir sehen es eher so, dass die Umsetzung oder die Wahrnehmung dieser Rechte nicht so richtig optimal läuft. Und dann stand halt klar, also entweder wir nehmen jetzt die CC-Lizenzen rein und versuchen das Urheberrecht ordentlich anzuwenden und dafür braucht man eben keine Reform, weil die, das dauert dann ja auch wieder tausend Jahre und dann wird sich wieder nichts ändern über das nächste Jahrzehnt. Das hat uns irgendwie so von der Perspektive her nicht gepasst. Dazu kommt, dass wir natürlich irgendwie die Creative Commons Lizenzen in ihrer Akzeptanz steigern wollten. Also wir wollten, dass das mehr Leute mitbekommen, dass das eine gute Sache ist, dass man da aus verschiedenen Modulen halt wählen kann und eben einige Rechte nicht vorbehält, sondern eben freigibt und dann sich halt selber überlegt, wie das alles aussehen soll. Weil wir eben denken, dass es eine Verbesserung für alle ist. Also nicht nur für die Künstler selbst, sondern eben auch für die Musiknutzer. Weil eben je mehr Werke unter Creative Commons Lizenzen zur Verfügung stehen, desto mehr Möglichkeiten hat man auch in der Nutzung. Also sprich, die Künstler haben mehr Selbstbestimmung über den Verwertungsprozess und die Nutzer und Fans und Freunde von Musik haben einfach eine höhere Nutzbarkeit von Musik, die da draußen so rumschwirrt. Unsere Struktur sieht wie folgt aus. Wir haben irgendwie zwei Arten von Mitgliedschaften. Es gibt die ordentlichen, nutzenden Mitglieder sozusagen und investierende Mitglieder. Der Ansatz davon ist, dass wir halt natürlich irgendwie jedem die Möglichkeit geben möchten, Mitglied zu werden, aber wir schon darauf Wert legen, dass die tatsächlich lebendigen Urheber diejenigen sind, die bestimmen, wie die Verwertungsgesellschaft arbeitet. Das heißt also, nutzende Mitglieder sind natürliche Personen, ganz bewusst eben natürliche Personen und lebendig, weil wir wollten eben keine Erben von Urheberrechten oder Verlage mit Stimmrecht ausstatten, weil wir eben glauben, dass diejenigen, die Musik machen und am besten wissen, wo ihre Bedürfnisse liegen, auch diejenigen sein sollten, die da die Entscheidungen treffen. Dann gibt es die investierenden Mitglieder. Das können auch juristische Personen sein. Da können dann auch die Verlage und Erben Körperschaften oder einfach nur Freunde von freien Lizenzen oder in irgendeiner Form Unterstützer Mitglied werden, die dann natürlich an allen Versammlungen teilnehmen und auch die Diskussionen mitführen können, aber bei den Abstimmungen halt nicht mitstimmen dürfen. Der Status quo ist so, dass wir jetzt drei Generalversammlungen abgehalten haben. Die dritte fand jetzt im April statt. Wir haben dort von unseren Mitgliedern sozusagen den Startschuss erhalten. Wir sollen auch jetzt bitte ins Zulassungsverfahren eintreten. Das hat eine Weile gedauert, weil wir natürlich irgendwie die gesamte technische Infrastruktur für so eine Verwertungsgesellschaft, die müssen wir halt vorlegen. Das Deutsche Patent- und Markenamt, das ist die Staatsaufsicht über Verwertungsgesellschaften, die möchte natürlich sehen, dass wir in der Lage sind, so ein Business überhaupt zu machen, ohne dass da so viel Geld dabei drauf geht, dass am Ende nichts mehr bei den Künstlern ankommt. Das heißt, du musst also die gesamte Werkregistrierung, die Mitgliederverwaltung und den Inkassoaufwand und all das, das muss halt irgendwie so strukturiert sein, dass halt der Großteil der eingenommenen Lizenzgelder eben auch bei den Künstlern ankommt. So, dafür hatten wir Kommissionen gegründet, die halt die Aufgabe hatten, die jeweiligen Elemente der Verwertungsgesellschaft zu entwickeln und dafür Vorlagen zu entwerfen. Das war in erster Linie erstmal der Wahrnehmungsrahmenvertrag, in dem halt alles so rechtlich geregelt ist, wie das überhaupt läuft, was für Rechte man überträgt und so weiter. Das Tarifsystem, natürlich ganz wichtig, weil es muss ja klar sein, für welche Nutzung wird was für ein Geld bezahlt. Und ein Verteilungsplan, die wurden eben von den Kommissionen erarbeitet und liegen jetzt vor, so, dass das alles als Grundlage für unseren Geschäftsplan sozusagen, den wir ja vorlegen müssen beim DPMA für die Zulassung, bilden. Jetzt haben wir aber natürlich immer noch einen Haufen Arbeit vor uns. Das sind jetzt die ersten Entwürfe, auf deren Grundlage man den Antrag auf Zulassung stellen kann, aber die müssen natürlich weiter ausgearbeitet werden. Und dafür brauchen wir eure Unterstützung, weil wir sind eben eine Genossenschaft und da passiert nur das, was die Genossinnen und Genossen eben selber tun. So könnt ihr euch vorstellen wie in einer WG. Keiner will den Abwasch machen, aber sonst ist es schwierig. Und man sieht es ja auch an Vereinen oder eben auch an der GEMA, wie viele Leute gehen zur Mitgliederversammlung und wie viele Leute nehmen ihre Möglichkeiten überhaupt wahr. Die meisten haben wir jetzt auch wieder mal selber festgestellt, delegieren gerne. Das ist irgendwie so eine Charaktereigenschaft der Menschen anscheinend. Irgendeiner wird es schon tun. Aber so funktioniert es natürlich nicht. Wir brauchen in erster Linie viele Mitglieder, die sich einbringen vor allen Dingen. Und das steigert natürlich auch das Repertoire, das wir vertreten, weil das DPMA möchte natürlich nicht eine Verwertungsgesellschaft zulassen, die irgendwie für fünf Leute aktiv ist, sondern es sollten dann schon ein paar mehr sein. Was wir dringend brauchen, sind Entwickler, weil wir natürlich alles selbst schreiben, die gesamte Software, auf der das Ganze basiert, ist selbst geschrieben, wird alles in Open Source gecodet. Und wir hatten ein Förderprogramm, aus dem wir finanziert wurden, über einen Zeitraum von einem Jahr, aus Nordrhein-Westfalen. Da konnten wir schon viele Bestandteile der Software, die wir benötigen, bauen lassen, von Entwicklern, die wir auch bezahlen konnten. Wir durften aber natürlich kein fertiges Produkt dort herstellen, weil das sonst eine Marktverzerrung wäre und überhaupt durch öffentliche Gelder gefördert. Das geht halt nicht. Es ging um Mikrospenden, Integration in den Verwertungsprozess. Und wir haben da was ganz Schickes gebastelt. Das nennt sich Adore. Darüber werde ich jetzt hier nichts erzählen, aber das könnt ihr euch auf der Webseite mal angucken. Ist im Prinzip so eine Art Flatter für Musik. Und viele Bestandteile dieser Software sind halt genau die Bestandteile, die wir auch für den Verwertungsprozess benötigen. Also sprich Werkregistrierung, Mitgliederverwaltung und Mäuse, die aus dem Bild verschwinden. Automatisch. Wir benötigen dringend die Mithilfe von Juristen, weil wir natürlich irgendwie, das muss rechtlich alles wasserdicht sein und nun kam ja auch das Verwertungsgesellschaftengesetz, das jetzt vor ein paar Tagen verabschiedet wurde, das halt die Arbeit der Verwertungsgesellschaften neu regelt und wo die Bundesregierung jetzt auf eine Entwicklung im europäischen Binnenmarkt reagieren muss. Was ganz schön ist, weil dann werden nämlich in Zukunft auch nicht kommerzielle Lizenzen für Urheber, die in der GEMA sind, möglich und so weiter und so fort. Aber wir müssen natürlich sehen, dass wir, wir erfüllen zwar schon die Grundvoraussetzungen, die schon von der Europäischen Kommission kamen, aber wir müssen natürlich jetzt alles nochmal überprüfen, besonders unsere Rechtsform als Genossenschaft steht da so ein bisschen zur Disposition, weil das VGG, also das Verwertungsgesellschaftengesetz, ist schon sehr auf Vereine zugeschnitten. Da haben die Damen und Herren unserer zukünftigen Konkurrenz gute Lobbyarbeit gemacht. Wir brauchen natürlich Finanzierung, weil wir hatten halt ein Grundkapital durch die Gründung der Genossenschaft und durchs Crowdfunding. Das Crowdfunding-Geld war sehr stark gebunden in die Fördermaßnahme zur Entwicklung der Software. Und wir haben natürlich irgendwie Kosten, die entstehen, wenn man so eine Verwertungsgesellschaft gründet. Das kostet halt immer Geld. Der Verwaltungsrat erhält keine Gehälter, aber wir haben eine Bürokraft, die wir bezahlen müssen, die die ganze Buchhaltung für uns schmeißt und dann kommen notarielle Beglaubigungen etc. und es kostet einfach Geld. Und das Genossenschaftskapital soll ja nicht verschwinden. So, das Allerwichtigste allerdings ist natürlich Input. Das heißt, wir möchten gerne wissen, wie ihr euch denn eine Alternative zur GEMA vorstellt. Wie soll die arbeiten? Was soll da möglich sein? Besonders für Podcasterinnen und Podcaster sehr interessant natürlich, wenn man in Zukunft vielleicht doch mal Musik verwenden möchte. dann muss es ja irgendein Regelwerk geben, nach welchem das funktioniert. Das heißt, ich würde gerne von euch wissen, was wollt ihr denn für Möglichkeiten haben? Das war erst mal so die grundsätzliche Vorstellung der C3S. Ich habe hier mal kurz, das bleibt jetzt hier ein paar Sekunden oben, das ist meine E-Mail-Adresse und unsere Webseite. Und dann habe ich hier noch ein paar Slides gefunden zum Thema Podcasting. Da gab es nämlich diverse Diskussionen bei uns und wir hatten uns natürlich mit Tim auch schon mal unterhalten. Der sollte uns mal sagen, wie er sich das denn vorstellt. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo das hier ist. Schön, dass es mir meine Präsentation zerschossen hat hier, als das Kabel eingesteckt wurde. So, hier unten irgendwo. Tada! Schön, ne? So. Was haben wir denn hier? Genau. Huh? Da, Play. Ah, toll. Da funktionieren es. Schön. So, also, ähm, das ist so ein bisschen die Bedingungen, die so herrschen, ne? Einschränkungen, Einschränkungen, Einschränkungen. Und, ähm, unschön. Sehen wir auch so, wir haben ja einen eigenen Podcast auch. Wir benutzen halt immer Songs, die irgendwie Creative Commons mäßig kompatibel sind mit unserem Podcast. Aber man möchte ja vielleicht auch mal Metallica laufen lassen. Ähm. Ähm, der GEMA-Tarif, äh, ist dann hier wirklich cool. Und davon abgesehen gibt es ja auch noch andere, äh, Verwertungsgesellschaften, die auch noch gerne ein bisschen Geld abgreifen möchten. Ähm, für ihre Künstler natürlich. Und, ähm, da war dann die Frage, ja, wie wär's denn, Tim? Was hast du denn so, äh, im Sinn? Und das war dann hier so die Liste. Ist, äh, eine To-Do-Liste sozusagen. Neh, neh, also, so die optimale Vorstellung. Und, äh, damit komme ich dann auch zum Knackpunkt. Es muss ja jemand machen. Neh, und das heißt also, auch bei uns ist es so, wir arbeiten nach Prioritätenliste und, äh, sind jetzt relativ lange damit beschäftigt gewesen, die Grundstruktur zu entwickeln und den Zulassungsantrag voranzutreiben. Aber ich möchte euch hier motivieren, ähm, euch zu beteiligen. Und, ähm, vielleicht selbst mal so eine Arbeitsgruppe zu gründen oder mal darüber nachzudenken, ob man sich nicht zusammentut. Gründet mehr Genossenschaften oder eben ohne Rechtsform tut euch einfach zusammen vielleicht und überlegt euch mal, wie man das umsetzen kann. Neh, also, bei uns wird viel darüber diskutiert. Wir machen ja auch jedes Jahr ein Barcamp zu unserer Generalversammlung, wo jeder herzlich eingeladen ist, vorbeizukommen und, ähm, mit uns gemeinsam die Sache anzupacken. Ähm, ich finde den Katalog super, aber wir brauchen Hilfe, weil wir sind irgendwie ein elfköpfiger Verwaltungsrat, der sich um alles kümmert und unsere Generalversammlungen, äh, da kommen so ungefähr, wenn es mal gut läuft, fünf Prozent unserer Mitglieder vorbei. Und, ähm, das ist natürlich zu wenig. Es muss mehr Beteiligung stattfinden. Und ich würde mir wünschen und würde mich auch sehr freuen, wenn die Podcaster, äh, Community, ähm, vielleicht Bock und Zeit und Interesse hat, sich daran zu beteiligen, die C3S zu dem zu machen, ähm, was sie sein soll. Nämlich eine Verwertungsgesellschaft, die eine Verteilungsgerechtigkeit herstellt, die bis jetzt nicht da ist und eben dafür sorgt, dass endlich mal ein bisschen mehr, ähm, Freiraum im Bezug auf Musik auch für eben nicht nur die Künstler, sondern eben auch für die Musiknutzer mal aufgebrochen wird. Ja, das war es erst mal von mir an dieser Stelle. Habt ihr noch Fragen? Genau, Fragen zu dem ganzen Komplex? Äh, die wichtigste Frage natürlich, wann kann ich denn meine ersten Songs anmelden? Ja, wir haben ja jetzt, ähm, das Okay gekriegt von den Mitgliedern, dass wir jetzt den Zulassungsantrag stellen. Wir müssen jetzt nur noch, also wir haben glücklicherweise zwei Juristen bei uns, die müssen jetzt prüfen, sobald die Bundesregierung im Generalanzeiger das neue Gesetz, äh, der Allgemeinheit, äh, zur Kenntnis gibt, äh, müssen wir sehen, äh, was da genau drin steht, ob wir da noch irgendwas ändern müssen, zum Beispiel unsere Satzung ändern müssen, weil wir als Genossenschaft nicht so richtig kompatibel sind, äh, oder eben eine Tochterfirma zu gründen, die dann doch im Verein ist. Das müssen wir jetzt sehen. Also ich denke mal, dass wir im Sommer den Antrag stellen werden und sobald wir zugelassen sind, können wir loslegen damit. Es kam jetzt kürzlich die Idee noch auf, dass man, äh, sagt, wir könnten schon mal, äh, vorläufige Verträge mit Leuten machen, die das gerne machen möchten. Dann könnte man natürlich, äh, zum Beispiel auch GEMA-Mitglieder, ähm, die, äh, wechselwillig sind, ähm, ähm, schon mal reinholen und sagen, okay, das und das sind die, äh, Konditionen. Du könntest jetzt dein Repertoire hier schon mal voranmelden, sozusagen, äh, das würde uns natürlich den Vorteil bringen, dass wir dem DPMA gegenüber, äh, einfach mehr Repertoire vertreten könnten. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir in diesem Sommer eine Entscheidung bekommen werden vom DPMA. Also, ich würde auch, äh, denke auch nochmal so kurz vielleicht drüber nach. Ich meine, wir sind jetzt alle sehr gesprächslastig in unseren Formaten, nicht ohne Grund, weil wir ja eigentlich von vornherein wenig Anreiz haben, über Musik überhaupt Gedanken zu machen. Sicherlich hat der ein oder andere das schon mal auch, äh, im Kopf gehabt. Das waren jetzt so Ideen, die, von wann war das? 2014? Ich muss sagen, ich sehe das eigentlich auch immer noch so, aber vielleicht habt ihr auch also eigene, äh, Gedanken, wie eine Nutzung aussehen könnte oder was ihr sonst euch noch vorstellen könnt, dann wäre das der richtige Moment zu fragen. Ähm, nur nochmal für mich zum Verständnis. Du hast am Anfang gesagt, äh, im Augenblick, äh, seht ihr euch nur für Musiker. Das heißt, die Podcaster sind eigentlich vom, vom derzeitigen Mission Statement außen vor. Ist das richtig? Na, das kommt drauf an, ob die Podcaster Musiker sind oder nicht. Also es ist, na klar, es ist eine, es geht um, äh, die Wahrnehmung von Urheberrechten. Also geht's um Musiker oder geht's um Musik? Ähm, du meinst in der VG? Na, um beides. Also, klar, als, äh. Also Musiker und Musik oder Musiker oder Musik? Ist das Mikro immer schön nah rein, sonst hört man nichts. Musiker und Musik oder Musiker oder Musik? Ne, es geht um Musiker und Musik. Und, ähm, ich persönlich, ähm, sehe das ja so, dass natürlich irgendwie ein Podcast auch eine Komposition sein kann. Also das ist ja immer, der, das ist ja sehr fließend, der Übergang. Aber im Prinzip geht es in der Verwertungsgesellschaft natürlich um die Wahrnehmung von Urheberrechten, von Komponisten und Liedtextdichtern, sozusagen in erster Linie. Also ist ja klar, es positioniert sich jetzt erstmal vor allem möglichst auf derselben Augenhöhe zur GEMA auf. Und ich denke, das hängt auch so ein bisschen von uns ab, wie, was so unser Selbstverständnis ist. Also derzeit, äh, könnte man ja fast sagen, VG Wort ist uns, äh, liegt uns irgendwie näher. Aber das wird dann, äh, auch vielem irgendwie nicht so recht, äh, gerecht. Ich fände mich ehrlich gesagt persönlich eher in so einem künstlerischen, äh, Kontext, äh, besser repräsentiert. Zumal ja auch überhaupt nicht auch nur im Ansatz irgendwas à la VG Wort in cool, äh, auf der, äh, auf der Bildfläche schon, äh, sich abzeichnet. Also es gibt zwei Fragen hier, ne? Das eine ist, ist, sozusagen die Podcasting etwas, was sich irgendwie mehr oder weniger gleich, äh, einordnen könnte wie Musiker und auch genauso Teil und Mitglied und im Zweifelsfall halt auch begünstigter sein könnte wie Musiker. Aber was ich auch vor allem in diesen Sachen auch erstmal formuliert habe, ist, ist das vielleicht einfach mal die Möglichkeit, Musik überhaupt erstmal definiert in Podcasts zu bekommen und auch gleichzeitig noch ein Revenue-Stream in Richtung von, äh, Musikern zu generieren. Weil das wäre natürlich ja auch, äh, sehr sinnvoll. Das wäre jetzt noch meine zweite Bitte gewesen, äh, diese Liste, äh, irgendwie noch zu kategorisieren. Einmal, äh, C3S als Vertretung für Podcaster und zum anderen, äh, wie können Podcaster die Services bei euch nutzen? Im Sinne von, auf Musik zu greifen. Mhm. Und nach, wie ich das jetzt gerade verstehe, wäre das zweite wahrscheinlich das zeitlich dringendere. Wie gesagt, also, je mehr Podcasterinnen und Podcaster sich beteiligen an dem, äh, Entstehungsprozess dieser VG, desto stärker wird natürlich auch diese Sparte ausgeprägt, äh, repräsentiert sein, sage ich mal so. Also, man kann da hingehen. Ich habe das auch gemacht, habe mit einfach allen gequatscht und steht zwei Jahre später immer noch auf dem Slide. Also, es war jetzt nicht, äh, für den Nachmittag war das jetzt, äh, nicht so schlecht investiert. Es geht halt darum, deswegen habe ich ja auch, äh, dann die Geboten, gebeten, hier einfach mal zu sein. Also, wir müssen das einfach in unsere Köpfe reinkriegen, weil es ist halt derzeit einfach noch kein Thema, aber es sollte halt ein Thema sein. So, nächste Frage? Also, ich sehe es durchaus so, dass man Podcasts als, äh, Musik betrachten kann im Sinne des, äh, des Urheberrechts, äh, ganz einfach, weil die, äh, die Copyright Violations sind ähnliche. Also, wir haben das in unserem Podcast eben gemerkt, dass, äh, dass Leute unser, unsere Audiodateien nehmen und irgendwo anders, äh, hinpacken und dabei unsere, äh, Creative Commons Sharealike verletzen. Das ist kein so besonders großes Problem, aber, äh, wir hätten halt, äh, im Zweifelsfall keine Handhabe, um da jemanden zu verfolgen. Und da wäre es halt praktisch, wenn dann, wenn dann, äh, wenn man da eine, äh, Urheberrechtsorganisation dann hätten. Äh, und deswegen sehe ich es durchaus so, dass man Podcasts, äh, in so einer Organisation anmelden können sollte. Anregungen, Fragen? Ja, jetzt, ich sag mal so, wenn das irgendwann mal Wirklichkeit wird, dann kann ich halt, äh, die Musik bei der C3S in meinem Podcast nutzen, aber eigentlich will ich ja, jetzt weiß ich nicht, irgendein Lied von Rosenstolz in meinem Podcast, ähm, besprechen. Das geht ja dann immer noch nicht, weil das immer noch ein GEMA-Werk ist, oder? Ähm, na, wir vertreten natürlich nur die Mitglieder, die bei uns, äh, ihre Rechte zur Wahrnehmung, ähm, zur Verfügung stellen. Unser Grundgedanke, warum wir überhaupt angefangen haben, eine Verwertungsgesellschaft zu gründen, war ja, dass es einfach möglich sein muss, ähm, die GEMA, äh, zu bewegen. Also ich hab, als ich noch Mitglied war, versucht, gewisse Sachen zu ändern. Das funktioniert natürlich nicht als irgendwie angeschlossenes Mitglied ohne Stimmrecht und, äh, mit einer Vertretung, die im Prinzip immer in der Minderheit ist. Ähm, wir hoffen natürlich, dass in dem Moment, wo wir zugelassen werden, ähm, die GEMA einfach auch in Zugzwang gerät, ne, und dann eben auch ihre Bedingungen lockert, für, ähm, ihre Mitglieder. Das heißt, in dem Moment, wo wir für Podcaster, ähm, einen guten Tarif anbieten können, ähm, und die GEMA sieht, ah, okay, jetzt rennen uns alle Podcaster weg, weil die jetzt lieber zur C3S gehen, äh, und dort Musik lizenzieren, und das ist schlecht für unsere Künstler, und das merken dann vielleicht auch die Künstler, ähm, dass dann einfach sich da auch ein bisschen was bewegt, ne, weil in dem Moment, wo es da kein Monopol mehr gibt und man einfach sagen kann, hö, ich will aber jetzt so und so viel, und wenn euch das nicht passt, ja, dann kriegt er halt nix. Diese Mentalität, die wird dann vorbei sein, ne, und insofern hoffen wir natürlich, dass, dass dann bei der GEMA einfach auch ein anderer Wind weht. Das ist aber schon im Prinzip Hoffnung so ein bisschen, ne? Nö, das ist auch ganz knallhart marktwirtschaftlich, also in dem Moment, wo ich merke, dass mir meine Mitglieder abhanden kommen, weil die bei einer anderen Firma besser aufgehoben sich fühlen, dann muss ich natürlich was tun. Und, ähm, gerade was zum Beispiel die Mitbestimmung angeht, das wird ja nun schon seit Ewigkeiten, ähm, als Hauptkritikpunkt mit angeführt, äh, in der GEMA, dass sich da einfach demokratischere Strukturen dann vielleicht entwickeln, das ist, glaube ich, nicht nur unsere Hoffnung, sondern ich glaube, dass das einfach ganz klar irgendwann passieren muss, weil sonst nämlich niemand mehr zur GEMA geht. Also, Dani, vielen Dank. Du bist ansprechbar, wir müssen weitermachen. Genau. Deinen Applaus. Ja, vielen Dank. Ja. 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 Ja.